warte mal kann ich vielleicht eine eine 1 meter rampe das müsste eigentlich passen achso hier sind auch noch mal zwei okay ich verstehe das machen wir anders die hier die quelle hol ich mir nicht ich hole mir lieber die und da reicht eine 2 meter rampe ok warte dann machen wir bringen wir auf der stelle hier noch eine 1 meter rampe an so weil dann sie hat nicht ganz so furchtbar aus so ok kommt der hierhin das kann ich doch vielleicht hier runter laufen lassen aber das passt dann wieder nicht gut ok warte jetzt muss ich mir überlegen wie ich den hinstelle ich könnte den so hinstellen so wie wäre es denn wenn ich jetzt sage ist das so gerade sieht so aus das sieht auch gerade aus so und dann würde ich jetzt dann fusionator so so also 30 so so, aber also erstmal gefällt mir das hier nicht ganz so gut die Kamera ist aus, schön dann wechseln wir doch sofort die Speicherkarte aber, oh ne, das gefällt mir auch nicht naja gut, dann war das so doch die beste die beste Möglichkeit so, ich wechsel mal eben die Speicherkarte gut und hier hätte ich gerne auch noch einen Fusionator zwischen da so so, das bedeutet hier 30er Band da 30er Band aber hier MK2 denn ich meine 30 und 30 sind zwar 60 aber da kommt ja noch noch etwas hinzu und das Förderband ist MK2 oh, das passt echt das passt echt richtig gut schaut euch an wie wie geil wie geil das passt so, jetzt muss ich mal gucken ob ich naja, okay also ähm zu früh gefreut wenn ich den hier rausführe sagen wir so das ist auch gerade denn so ist das schief schief so ist das schief also ist das die einzige Möglichkeit und jetzt möchte ich das gerne hier runterführen dann ist das vermutlich so am schlauesten ne, so geht auch noch so das bedeutet der hier muss da hin jetzt bin ich mal gespannt ob das hinhaut ja okay und dann so jetzt weiß ich natürlich dass das MK2 sein muss so denn oh ich hab die Energiezellen ich hab die ja ja das hab ich verkackt okay so jetzt wollen wir erst mal irgendwo rauf also zack du machst FedDrom und und ja nicht ich hab die ich hab die